Die Movement-Linie besteht aus einer Jacke und einer Hose. Die Movement-Linie ist gemacht für den ambitionierten, supersportlichen Tourengär, der das richtige Material an jeder Stelle seines Körpers haben will. Sie ist dementsprechend sportlich geschnitten. Wir haben einen Material-Mix aus weichem, hochelastischem Fleece. Wir haben eine glatte Außenseite und eine leicht aufgeraute, sehr angenehme Innenseite. Neben der besonderen Leichtigkeit der Movement-Teile zeichnet sich die Movement-Linie aus durch ein besonderes, auf den Skitunen-Gär zugeschnittenes Taschensystem. Wir haben vorne die großen Brusttaschen, die ermöglichen, dass man ganz schnell und leicht Fälle verstauen kann, aber auch vielleicht schnell seine Flasche verstauen kann. Wir haben aber auch versteckt links eine Reißverschlusstasche für Wertsachen. Zudem haben wir auch eine Rückentasche an der Jacke. Wir haben reflektierende Streifen entlang dem Rückenbereich für die bessere Sichtbarkeit für Leute, die nachts oder abends trainieren oder frühmorgens. Wir haben eine Sturmhaube, die ganz schnell aufgesetzt werden kann und ideales Gesicht abdeckt. Zudem besitzt die Movement-Jacket, die übrigens in Italien gefertigt wird, einen besonderen Misch-Einsatz im Rückenbereich, was eine super hohe Atmungsaktivität auch beim Tragen von einem Rucksack gewährleistet. Und zu guter Letzt haben wir auch bei der Hose an alles gedacht. Neben den beiden Reißverschlusstaschen bietet die optionale Aussparungen für alle am Markt befindlichen Schuhverschlusssysteme. Das Movement-Outfit gibt es in abgespeckter Version auch als Einteiler, als sogenannten Rennanzug für alle, die sich im Rennen messen wollen.